Herzlich Willkommen in unserem historischen Restaurant in Seelendorf. Seit 2011 begrüßen wir mal den Pakkus unsere Gäste mit urgemütlichem Ambiente und gutbürgerlicher Küche. Unsere Küche bietet Ihnen die ganze Vielfalt moderner und traditioneller regionaler Küche. Frische und beste Qualität stehen bei der Auswahl unserer Lebensmittel an erster Stelle. Alle Speisen werden mit größter Sorgfalt und Liebe frisch zubereitet. Die holzsteinische gutbürgerliche Küche verwöhnt Sie mit verschiedenen Fleisch- und Fischgerichten aus der heimischen Region. Ein individueller Partyservice für geschäftliche oder private Anlässe, große Gesellschaften, Empfänge oder Familienfeiern steht Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Veranstaltung und unterbreiten ein unverbindliches Angebot. Sprechen Sie uns an! Ob in unserem gemütlichen Restaurant oder im sonnigen Außenbereich, genießen Sie die Atmosphäre und Idylle unseres Hauses. Wir freuen uns, Sie in unserem Haus als Gast begrüßen zu dürfen. Ihr Team vom Alten Pakkus Ich bin vom Alten Pakkus